willkommen zu einer neuen folge pokémon go beziehungsweise wir haben wieder eine kleine info folge für euch und die hat es diesmal in sich vergesst alle info folgen alle news die je zu pokémon go gehört habt denn krypto mutu für alle also es war eigentlich klar dass es kommen wird ihr wisst ja wie das immer ist wenn das go fest ist oder irgendwelche safari zonen es war bisher nie so dass es eine safari zone gab wo es exklusiv was gab was andere ohne safari zone dann nicht erhalten konnten meistens hatte man vorab zugang zu einem neuen shiny konnte das vermehrt fangen mit erhöhter chance sonst was aber es wurde ja dann auch für alle freigeschalten weltweit auch mit den mysteriösen pokémon war es ja auch so man konnte zuerst mutu fangen nach mutu mu man konnte mu fangen aus der spezialforschung aber später wurde diese spezialforschung auch für alle freigeschalten genauso war es mit selebi jirachi wie sie alle heißen und dieses jahr beim go fest gab es natürlich zwei tage mit zwei spezialforschungen ihr habt viktini bekommen was mittlerweile auch für alle freigeschalten wurde war ja jetzt erst alles aktuell aber am zweiten tag des go festes gab es eine spezialforschung in der ihr krypto mutu bekommen habt und manche leute haben noch nicht mal ein mutu und andere leute haben jedes mal gefragt wie kriegt man den krypto mutu das sind die leute die kein ticket hatten die wieder mal gespart haben am falschen ende aber auch diese spezialforschung wird für alle kommen jeder kann die also machen und das krasse ist meiner meinung nach bei viktini war es ja so wenn ihr schon ein viktini hattet dann habt ihr halt kein zweites viktini bekommen sondern bonbons für viktini aber bei krypto mutu gehe ich stark davon aus auch wenn ihr schon ein krypto mutu habt aus der ersten forschung dass ihr keine mutu bonbons bekommt sondern wirklich ein zweites krypto mutu und das ist richtig heftig denn aus der forschung so ein krypto mutu hat an sich schon relativ gute werte vielleicht kann man sich sogar ein hunderter erlösen wenn man noch ein anderes krypto mutu hat so dass man sich ein hunderter basteln kann ganz leicht und trotzdem ein krypto mutu hat oder man hat zwei krypto mutu aber braucht man zwei krypto mutu viele habe dann recht gut ist weil sie zu einem hunderter machen konnten und jeder hat abgeraten lasst das sein krypto mutu bestes pokémon wenn sie jetzt eins beides bekommen würden könnten sie ja das erste zu einem hunderter machen haben ein hunderter mutu was richtig krass ist und trotzdem ein krypto mutu in der sammlung deswegen eigentlich die heftigste nachricht die es sie geben konnte aber es gibt natürlich noch mehr wir wollen uns das alles mal hier anschauen denn die kollegen von go games haben da wieder was gepostet wieder schön hier in einzelne kapitel unterteilt angefangen hier auch mit dem jahreszeiten event das jahreszeiten event beginnt heute nicht um 8 uhr wie man erst dachte es wurde ja verschoben auf 17 uhr es beginnt also um 17 uhr damit sich das mit diesem mit der fashion week nicht überschneiden überschnitten hat die ist ja jetzt vorbei aber ab 17 uhr auf jeden fall das jahreszeiten event mit einem neuen shiny nämlich mit wohl pics und wohl nona was ihr hinzufügen können zu eurer sammlung hier steht auch dass es zusätzlich wohl eine kleine zeitlich begrenzte forschung geben wird im jahreszeiten event da bin ich wieder gespannt wie soll ich das denn wieder machen morgen wollte ich doch geratina machen muss ich jetzt morgen geratina machen und später dann auch noch begrenzte forschung also dann kommt wieder alles auf einmal heute ruhiger tag morgen wieder alles auf einmal so sie haben fast zwei teile was genau dabei ist weiß man also noch nicht also auch cool das haben sie in den letzten events auch immer so gemacht wenn ein event kam dass es immer eine kleine forschung mit beigabe mit ein paar spawns pokémon da also pokémon belohnungen encountern wie ihr immer sagt oder eben noch ein paar items dazu dann gibt es hier neue feld forschungen das ist alles in diesem datamine gefunden worden weniger überraschend genau denn die meisten beziehen sich auf den glumanda community day sowie zwei auf zwei aufgaben für die nächste für die einen kleinen abschnitt es wird natürlich auch wieder für 99 cent am glumanda city day eine spezialforschung geben und auch wenn ich überhaupt nicht gehypt bin auf den glumanda city day da es schon mal einen glumanda city day gab deshalb die shinies auch komplett uninteressant sind außer für neue spieler für mich aber eher nicht trotzdem werde ich mir für 99 cent diese spezialforschung gönnen denn dann hat man wenigstens ein paar ziele die man erledigen kann am city das habe ich ja in den letzten city days immer so gemacht ich überlege auch ob ich diesmal vielleicht nicht raus gehe kein city video mache und einfach die kompletten sechs stunden hier zu hause streame und chile so wie wir das bei dem fünfjährigen agenti geburtstag gemacht haben rumlaufen okay mache ich lieber als zu hause spielen aber ich bin immer noch so krass dagegen dass ein pokémon was schon mal ein cd hatte wieder einen bekommt denn wenn das so weitergeht kommt dann plötzlich dieser sam wieder plötzlich schicke wieder plötzlich das wieder dann kommt hier hondio wieder dann kommt ja ist das andere samurzel wieder dieses ganze gelumpe also es gibt so viele unnütze pokémon die es noch nicht in shiny gibt die er da rein bringen können aber wiederholt doch nicht die die schon was hatten das entwertet alles doch im endeffekt noch mehr wer damals den global dass sie den verpasst hat aber jetzt den neuen macht für den ist das eh neu für den wäre global neu aber das andere wäre auch neu nur wer das andere eben für alle neu aber global nur für die neue die damals das nicht hatten also denkt nicht immer nur an die neuen denn doch insgesamt mal aber das nur meine meinung egal okay müssen wir jetzt nichts weiter dazu sagen eine team go rocket spezialforschung wird es auch geben wohl mit eine inter eisande entwicklung eine forschung also mit sechs kapiteln die wohl auch crypto eier beinhalten wird das war ja auch schon mal angekündigt auch schon mal angeteasert die bilder sind rum mit diesen roten eiern bisher gibt es ja nur grün orange und lila dann gibt also die gelben gibt es auch sieben kilometer aber dann habt ihr plötzlich noch rote eier also mit roten flecken als crypto eier aber ob da was sinnvolles rauskommt oder nicht ein paar crypto pokémon die die es so aus den stops bekommt wenn das jetzt nichts anderes ist als die sachen von den team go rocket rüppeln dann habe ich daran auch nicht unbedingt interesse viele haben ja damals gesagt ja vielleicht gibt es ja aus den eiern dann krypto legendäre pokémon vielleicht kann man krypto lugia aus dem ei brüten dafür muss man 100 kilometer laufen sonst was ich glaube aber nicht dass sie es so heftig machen es wird eher was zusätzliches sein aber im endeffekt kommen da auch nur hier skungapu und so zeug raus crypto mutue jetzt also das highlight kommt ja steht noch mal unten okay wir gehen zurück laut dadamein wird diese spezialforschung insgesamt sechs teile umfassen aus den dialogen dieser spezialforschung geht hervor dass man diesen monat ein crypto mutue von giovanni erhalten kann crypto mutue war bislang nur im rahmen des go festes 2020 erhältlich und ist eines der stärksten pokémon im ganzen spiel eigentlich sagen sie mal es ist das stärkste pokémon im ganzen spiel jetzt ist es nur noch eins der stärksten pokémon im ganzen spiel ja was denn nun hier nochmal crypto eier team go rocket leader also cliff sierra und alo können crypto eier hinterlassen also ihr könnt erhalten von den seltsame eier hierzu muss man jedoch beim kampf gegen die team go rocket liebe leader einen ei platz frei haben um ein solches ei zu erhalten die crypto eier wurden erstmals in einer data main im februar 2020 entdeckt die vermutung liegt also nahe dass vor der corona pandemie die einführung dieses features deutlich früher geplant war wie gesagt was denkt ihr was kommt aus den crypto eiern was richtig krasses oder trotzdem nur das was wir die ganze zeit eh schon kriegen ich meine wenn ihr die von den rocket bossen bekommt da muss man ja schon was für machen die sind ja jetzt auch nicht so einfach manche haben da immer noch ihre probleme mit aber die rocket bosse macht ihr ja um crypto shinies zu bekommen von den rocket leader jetzt kriegt ihr auch noch crypto eier von den rocket leader also im endeffekt schlüpft das was ihr bei ihm fangt noch mal aus dem ei direkt als garantiertes schein ich bin ja nicht naientik ich würde wieder komplett ausrasten spezialforschung special weekend passend zu den angekündigten special weekend events in japan und mexico wird es ebenfalls spezialforschungen geben auch eine spezialforschung für special weekend von verizon wurde entdeckt ein us amerikanischer mobilfunkanbieter dieses event wurde bislang noch nicht angekündigt okay ist es dann jetzt aber auch nur dort dass die in japan und mexico also diese im rahmen dieses events das bekommen oder während dieses events was dort stattfindet gibt es weltweit für alle ein special weekend das weiß man wieder nicht das ist das geht nicht so genau hervor neue avatar kleidung gut das können wir jetzt mal überspringen suchverlauf soja hier neue rucksäcke aus pokémon go ultra sonne ultramon eine einfache maske und outfits der team go rocket leader schön dass sie jetzt die corona maske auch bei pokémon einführen suchverlauf scheinbar kann man künftig seine häufigsten suchbefehle in pokémon go abspeichern und in einer art suchverlauf abrufen um schneller die gewünschten pokémon zu finden okay dies könnte beispielsweise bei community days hilfreich sein wenn man entsprechendes suchfilter abspeichert zum beispiel vier und sternchen damit ihr genau seht habt ihr ein hunderter gefangen oder nicht das muss man unbedingt speichern weil bevor man vier und so ein sternchen eingibt also das möchte ich keinem antun text update der text den pokémon go shop der den rauch umschreibt wurde inzwischen angepasst und das hier nicht mehr von 30 minuten sondern von 60 minuten dauer die rede ist es wird also wohl so sein dass der rauch jetzt immer 60 minuten hält und damit natürlich in dem sinn auch effektiver ist also für so eine spotlight stunde trotzdem eine gute sache immer noch dass ihr müsst keine zwei zünden es reicht immer noch einen einzigen zu zünden wie es während der corona boni war und ja wenn das so eine änderung ist die bleibt warum nicht ne neue mega pokémon jüngst wurden die 3d modelle für megalamus und mega aerodactyl kack sprühl entdeckt außerdem wurden die grafiken und 3d modelle von dick da muschers fleckwohner aero kack sprühl hopspros teddy ursa und panzer aeron überarbeitet warum sehen die hier so brutal aus ist das normal dass das megalamus plötzlich schwarz ist das haben die bestimmt wieder mit absicht gemacht steht ja auch hier ja wir sind keine grafikartisten also ignorier das fazit na gut man könnte also jetzt denkt wenn das jetzt so gefunden wurde und alles das bald also auch kack sprühl und lamus eine mega entwicklung bekommen das lamus sieht auf jeden fall ja nicht so mega aus das kack sprühl schon eher das sieht richtig heftig aus aber mal gucken irgendwann kommen sie ja alle rein fazit da krypto mewtwo einer der stärksten angreifer im ganzen spiel ist sind die infos dieser datamine sehr wichtig für alle spieler die nicht am goface teilgenommen haben auch die krypto eier sind je nach ausgestaltung sehr interessant hat dieser möglicherweise den spielern zugang zu krypto pokémon mit höheren ev verschaffen ach so ja stimmt wenn ihr nämlich krypto pokémon aus eiern bekommen und sowieso schon solche werde habt und die dann erlöst dann könnt ihr euch die ganze zeit hunderter löste ranzüchten so wer wollte nicht schon immer mal so ein zubat aus einem krypto ei brüten was hat dann erlöst zu einem hunderter ja wo die meisten schon zehn hunderter erlöst haben aber zubat erlöst man ja gerne kostet ja nur 1000 für die medaille ich bin trotzdem gespannt es steht jetzt nicht direkt irgendwie noch mal was da wegen dem mutue aber was denkt ihr wer beim go fest sich schon ein mutue ein krypto mutue geholt hat bekommt der ein zweites krypto mutue meiner meinung nach ja sonst wäre das weiß ich nicht während alle anderen dann auch das krypto mutue bekommen und ihr halt dann 20 mutue bonbons ich glaube ein krypto mutue bitte haut eins raus es war ja bei den vögeln auch so bei den raubkarten bei den bei den vögeln ja genau ihr konntet die salvatore ihr konntet die giovanni spezialforschung machen jeden monat habt arctos bekommen habt zapdos bekommen habt lavados bekommen ganz normal und die mit einem ticket zum go fest haben ja dort aus der spezialforschung ein zweites arctos ein zweites zapdos ein zweites lavados bekommen und wenn die schon hingehauen haben so dass man zwei haben konnte mit ticket mit ticket ein erstes mutue bekommen hat dann kann es doch jetzt mit der spezialforschung für die leute ein zweites mutue geben das meine meinung schreibt ihr rein was ihr denkt freut ihr euch auf die krypto eier und freut ihr euch auf den seaday ja oder seid ihr so wie ich und boykottiert den seaday ansonsten mal gucken was als nächstes für mega pokémon reinkommen denkt dran heute ab 17 uhr das herbst wechsel jahreszeiten pikachu rechts am bildschirm event und mal gucken wer das video wieder bis zum ende geguckt hat hat habt hat hat pizza hat schreibt mal den hashtag freestyle in die kommentare dann lade ich vielleicht heute abend noch ein kleines freestyle video hoch äh was ich mal gemacht habe für die battle rap rap battle mania zeugs battle rap bundesliga ich weiß es nicht wo der marius mich nominiert hatte die rapidemie was aber nie online kam könnte ich eigentlich bei mir hochladen mal könnt ihr euch das um die ohren hauen dann könnt ihr mal was was dummes sehen also wenn irgendjemand hashtag freestyle in die kommentare schreibt dann haue ich heute abend noch das freestyle video raus das war es jetzt aber von meiner seite aus oh mein gott schon wieder 16 minuten das ist ja doppelt so lang als es sein muss ähm schreibt eure meinung in die kommentare wie gesagt wir sehen uns morgen giratina frühs geguckt ab 8 uhr oder so den ersten raid mitgenommen mal ab 6 ist noch dunkel ihr könnt wieder dabei sein im video ich poste es wieder auf discord guckt in die beschreibung discord links alles dabei das war es von meiner seite aus wir sehen uns morgen bis dahin peace out vorhaut euer ramses